So wenig bloß? Nö, das stimmt doch fast nicht. Moin, Meister. Moin, Werner. Zwei im Sinn? Wieso, Werner? Ist doch noch gar nicht sieben. Nee, ist erst halb. Aber ich mach nachher eine halbe Stunde eher Schluss. Hab einen wichtigen Termin. Wieso bestimmt hier der Lehrling die Zeit? Sag mal, Werner, willst du mir neue Sitten aufzwingen? Nee, Meister, aber das gibt doch heute sowieso nicht viel zu tun. Und da dachte ich... Werner, du bist der größte Drückebäcker des Universums. Und da bist du nur noch stolz drauf. Hast du die alten Snüffelstücke aussortiert? Hab ich. Und was ist mit dem Messingschieber? Hast du die alle aufpoliert? Hab ich. Und den Rest-Eisenhaufen? Was ist damit? Hab ich alles sortiert. Einzelnen ausgemessen und der Längedurchmesser und Material, die ich dir nach in Kisten verpackt und archiviert. Ja, verdammt nochmal, dann machst du das eben nochmal. Siehst du nicht, dass ich hier zu tun hab? Du bringst mich aus dem Konzept? Nun sei doch nicht so egoistisch. Sortieren geh über studieren.